Hallo zusammen, mein Name ist Christian von Melody Scanner und das ist das fünfte und letzte Video unserer Tutorialreihe zu Melody Scanner. Heute zeige ich euch die Transkriptionsfunktion. Damit könnt ihr Notenblätter ganz einfach aus Audiodateien und Mikrofonaufnahmen erzeugen. Dazu müsst ihr euch lediglich beim Musizieren aufnehmen und die Aufnahme anschließend hochladen. Das geht zum Beispiel direkt in der Melody Scanner App, die ich im letzten Video bereits vorgestellt habe. Oder, falls ihr die Aufnahme schon als MP3-Datei habt, könnt ihr diese auch direkt in eure Notenmappe hochladen. Beide Wege schauen wir uns jetzt kurz an. Um eine Datei in meine Notenmappe hochzuladen, klicke ich unten rechts auf den grünen Plus-Button und dann auf das Upload-Symbol. Dann wähle ich die gewünschte MP3-Datei auf meinem Computer aus und lade diese anschließend hoch. Jetzt dauert es einen Moment bis die Datei verarbeitet ist und wir überspringen diesen Schritt jetzt kurz und gehen gleich zum Resultat. So, wie ihr jetzt sehen könnt, ist das Notenblatt fertig und ich kann es ganz normal öffnen, anschauen, bearbeiten und mir anhören, so wie wir das in den vorigen Videos schon gezeigt haben. Und anhören werden wir es uns jetzt auch gleich mal, um zu sehen, wie gut das Resultat geworden ist. Wenn ihr euch beim Musizieren aufnehmen wollt, um daraus ein Notenblatt zu generieren, könnt ihr dafür auch direkt die Melody Scanner App benutzen. Um das kurz zu demonstrieren, wechsle ich auf mein Smartphone. In der App wähle ich den unteren Button und werde dann auf die Aufnahmeansicht weitergeleitet. Dort kann ich jetzt durch einen Klick auf das Mikrofonsymbol eine neue Aufnahme starten. Dafür haben wir Tama aus unserem Team hier, die uns kurz ein kleines Stück spielen wird, das wir dann in der Notenblatt umwandeln lassen. so zusammen происходит. So wird das auch direkt ein einer Aufnahme. So wird das auch direkt ein kleines Stück spielen können. So wird das auch direkt ein bemerkt, ist das auch direkt ein kleines Stück an der Notenblatt. So wird das auch direkt ein kleines Stück um zu zweiterschen. Nach dem Beenden der Aufnahme kann ich entscheiden, ob sie in meine Notenmappe geladen werden soll oder nicht. Natürlich bestätige ich das und lade sie hoch. Dann überspringen wir einen kurzen Moment und wechseln zurück zur Notenmappenansicht, wo die Aufnahme gleichfertig verarbeitet ist. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt wieder ein neuer Eintrag in meiner Notenmappe dazugekommen, der gerade noch verarbeitet wurde. Jetzt können wir das entsprechende Notenblatt, genau wie bei der mp3-Datei davor, öffnen, ansehen und bearbeiten. Und natürlich hören wir auch hier wieder kurz rein. Das klingt doch ganz gut soweit. Auf diese Weise könnt ihr mit Melodiescanner ganz einfach eure Musik in Noten umwandeln. Das war es auch schon wieder mit diesem Video. Wenn ihr Fragen, Problemen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an support.melodiescanner.com oder benutzt das Melodiescanner Feedback-Formular. Danke fürs Zuschauen und bis bald!